Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde, eine der krassesten Aufgaben, vor der wir als Menschen immer wieder stehen, ist Loslassen. Manchmal müssen wir Orte loslassen oder Menschen, Lebensumstände, ein Projekt, ein Arbeitsplatz, manchmal aber auch irgendwas an uns selbst. Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Überzeugungen über uns, die uns nicht mehr wirklich dienen. Oder gleich eine ganze Version von uns selbst, die unserem Innersten eigentlich schon lange nicht mehr entspricht. Und wenn wir schon loslassen müssen, dann würden wir oft am liebsten kurz und schmerzlos loslassen. So, von heute auf morgen, zack, dann ist alles anders, dann ist alles gut. Aber manchmal geht das nicht. Manchmal ist Loslassen ein Prozess. Ein Prozess in mehreren Schritten, innere wie äußere. Schleichende Schritte manchmal sogar. Man muss sich in meinen Pumuckl denken, ich schleiche mich ja schon. Kennst du das? Egal. Und einen dieser Schritte würde ich gern mit euch zusammengehen. Ich gebe einen Workshop am Ammersee und leite euch dadurch eine Session mit Pyramid Breath, einer ganz tollen Körper- und Atemmethode, die mir selbst auf meinem Weg schon sehr geholfen hat. Wir reflektieren ein bisschen, schreiben was auf, atmen das Schwere raus, schütteln das Alte weg. Und das, was dann noch übrig bleibt, das schmeißen wir am Ende ins Feuer. Wir treffen uns im Hey Club, einem ganz wunderschönen neuen Ort in Utting am Ammersee, am Samstag, den 13. April am Nachmittag. Falls ihr Bock habt, dabei zu sein, Link ist hier unter dem Video. Ich freue mich auf euch.